Jena Immobilienfirma kauft ehemalige Notenbank. Die Firma will das denkmalgeschützte Gebäude teilweise sanieren und ungenutzte Flächen vermieten. Es wurde im Jahr 1894 erbaut. Zukünftig sind Führungen geplant, um einen Einblick ins ehemalige Bankhaus zu gewähren. Die meisten Räume im Haus sind vermietet und sollen ihre Funktionen behalten, so zum Beispiel ein Blutspendezentrum, Büros und Kreativwerkstätten.